Jo, der Putzmann hier. Mit einem total bekampten Thema und zwar, meine Bestellung ist da. Ich habe mir nämlich vor fast einem Monat habe ich mir was bestellt. Also mein Weihnachtsgeschenk bestellt. Es kam nie an. Es kam nicht. Es kam nicht. Es kam nicht. Es kam nicht. Und da habe ich geschrieben und diskutiert und hast du nicht gesehen, dass die mir in der Bestellung schicken sollen. Es kam nicht. Die kam nicht. Bis heute. Meine Bestellung ist da. Eine Flasche Mead. Eine angebrochene Flasche Bier. Nein, nicht angebrochen. Natürlich nicht angebrochen. Ich habe nämlich nicht nur eine bestellt. Es ist ja schwachsinnig. Ich bestelle auch nicht eine Flasche Bier. Einen ganzen Kasten Bier. Yay. Voll geil. Es war so cool. Ich habe es geliebt. Also ich habe das Ding auf der Seite stehen sehen. Ja, endlich. Es ist da. Zum Wohl. Umso mehr freue ich mich, dass es da ist. Es hat ewig gedauert, aber jetzt freue ich mich umso mehr, dass es da ist. Hätte schon viel früher da sein sollen. Aber was soll's. Wenn man fast einen Monat darauf wartet. Naja. Ja, das war eigentlich alles. Ich habe euch mal ein Weihnachtsgeschenk gezeigt. Einen Kasten Meadbier und eine Flasche Mead. Hey. Deswegen. Sag ich. Na ja, ich weiß nicht, ob ich es schon sagen soll. Ich habe eigentlich schon ein Weihnachtsvideo hochgeladen. Deswegen. Ich könnte jetzt. Ja, aber ich werde wahrscheinlich nochmal ein Weihnachtsvideo machen. Deswegen mal schauen. Wir gucken mal nach. Silvester-Video weiß ich noch nicht. Aber da wird es was Großes geben. Naja. Bis dahin. Haut wie immer rein. Wir hören voneinander. Ciao.